Wir schauen uns heute eins der wichtigsten Themen an im Kartellrecht, nämlich die Marktabgrenzung. Und hier wirklich die Marktabgrenzung ist super, super, super wichtig. Wahrscheinlich Top 2 der wichtigsten Punkte im Kartellrecht. Wo müssen wir die Marktabgrenzung vornehmen in der Klausur? Wir müssen die Marktabgrenzung da vornehmen, wo sie zuerst auftritt. Das heißt, wenn es eine bewirkte Wettbewerbsbeschränkung gibt, dann müssen wir dort erstmal den Markt abgrenzen und dann können wir prüfen, ob eine bewirkte Wettbewerbsbeschränkung vorliegt. Wenn wir das das erste Mal bei den Deminimis Kriterien machen, dann müssen wir dort erstmal den Markt abgrenzen und dann können wir auf die Prozentregeln der Deminimis Bekanntmachung schauen. Das gleiche bei den Gruppenfreistellungsverordnungen und ganz wichtig auch noch beim Artikel 102 AEUV bei der marktbeherrschenden Stellung. Wir müssen ja schauen, ja auf welchem Markt herrscht denn jetzt hier überhaupt das Unternehmen? Was ist denn der Markt? Und da ist auch immer eine Marktabgrenzung vorzunehmen. So, wie bestimmen wir jetzt den relevanten Markt? Der relevante Markt, der besteht aus drei Komponenten. Wir müssen den einmal in sachlicher Hinsicht bestimmen, dann in räumlicher Hinsicht, ja und zeitlicher Hinsicht, ja das kann man eigentlich vergessen. Ihr müsst das also in sachlicher und räumlicher Hinsicht feststellen. In zeitlicher Hinsicht müsst ihr das nur in ganz kleinen Ausnahmefällen machen. Zum Beispiel, wenn Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft, ja verkauft werden, dann gilt natürlich, dann ist dieser Markt natürlich zeitlich auf die Dauer der Fußball-Weltmeisterschaft begrenzt. Okay, kommen wir dann zum räumlichen Markt oder zu der räumlichen Marktabgrenzung. Hier müsst ihr unbedingt die Definition kennen. Der räumlich relevante Markt ist derjenige, in dem sich die objektiven Wettbewerbsbedingungen bei dem relevanten Produkt für alle Unternehmen gleichen. Ein Beispiel. A. Ein Reiseanbieter aus Deutschland schickt eine Preisempfehlung an seine Mitbewerber, die auch alle in Deutschland ihre Reisebüros betreiben. Da schickt er die folgende E-Mail hin. Hier, ja, relativ eindeutig ist der räumlich relevante Markt, der Markt in Deutschland. Zweites Beispiel. A. Vermittelt in Deutschland Personal für Supermärkte. Da die Supermärkte selbst Personal haben, hat sich A. auf das Nachtgeschäft spezialisiert. Hier mangelt es nämlich den Supermärkten an Personal. In Deutschland regeln die Länder das Ladenschlussgesetz. Nur die Bundesländer A und B haben ein Ladenschlussgesetz, das es erlaubt, 24 Stunden geöffnet zu haben. Das ist natürlich fiktiv, das wünsche ich mir manchmal, aber okay, gibt es in Deutschland nicht, wir haben immer. Aber jetzt in diesem Fall gibt es das. So, also, in diesem Fall haben nur die Länder A und B dieses Ladenschlussgesetz, was es erlaubt, 24 Stunden seinen Supermarkt geöffnet zu haben. Und dann sind diese objektiven Wettbewerbsbedingungen für den A nur in den Bundesländern A und B gleich. Also, alle Unternehmen, die das gleiche machen wie der A, da ist der räumlich relevante Markt jetzt der Markt von den Bundesländern A und B. Das Bundesland C hat andere objektive Wettbewerbsbedingungen und daher gehört das Bundesland C nicht mehr dem räumlich relevanten Markt an. Also, hier kann man keinen deutschlandweiten Markt annehmen. Drittes Beispiel. A betreibt einen privaten Hafen in der Stadt P und bietet Fair-Dienstleistungen an. B möchte diesen Hafen mitbenutzen. Es gelten die folgenden Fakten. Der nächstgelegene Hafen verdoppelt die Fahrtstrecke für den B. Kleinere Häfen sind nur für die Nutzung durch private Schiffe geeignet. Die Errichtung eines neuen, nahegelegenen Hafens kommt nicht in Betracht wegen eines nahegelegenen Naturschutzgebietes. Und der Hafen in P hat eine exzellente Verkehrsanbindung. So, in diesem Fall, wo gleichen sich die objektiven Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen? Ja, nur in der Stadt P, weil nur in diesem einen Ort, da gibt es diese exzellente Verkehrsanbindung. Dort gibt es diesen Hafen. Dort gibt es diese kurze Fahrtstrecke. Sonst muss der B irgendwie einen Umweg fahren und das ist ein längerer Weg. Das ist eine andere objektive Wettbewerbsbedingung und daher gehört der Ort X, gehört nicht mehr dem räumlich relevanten Markt hier an. Somit beschränkt sich der räumlich relevante Markt in diesem Beispielsfall nur auf den Hafen in der Stadt P und nirgendwo anders. Nur in P gibt es diese exzellente Verkehrsanbindung. Nur in P ist dieser kurze Fahrtweg und das gehört alles zu den objektiven Wettbewerbsbedingungen. So, jetzt die sachliche Marktabgrenzung und die ist genauso wie die räumliche Marktabgrenzung super wichtig. Hier müsst ihr wirklich genau arbeiten. Zunächst einmal sagt ihr in der Klausur, grundsätzlich oder ja der Grundsatz ist das Bedarfsmarktkonzept. Dieses Bedarfsmarktkonzept besagt das folgende. Wir müssen den sachlich relevanten Markt aus Sicht der Marktgegenseite bestimmen. Welche Produkte und welche Dienstleistungen sind aus Sicht der Marktgegenseite funktionell austauschbar? Und wenn das Produkt bzw. die Dienstleistung funktionell austauschbar ist, dann gehört sie demselben sachlichen Markt an. Jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, ja was ist denn die Marktgegenseite? Die Marktgegenseite, in diesem Fall, Unternehmen A bietet Kühlschränke an, Unternehmen B bietet Smart Fridges an. In diesem Fall haben wir als Marktgegenseite die Nachfrager, also die Verbraucher, die Kühlschränke kaufen oder Smart Fridges kaufen. Aus Sicht der Käufer müssen wir jetzt bestimmen, ist ein Kühlschrank oder ist ein, ja ist ein Kühlschrank mit einem Smart Fridge funktionell austauschbar? Ja oder nein? Das müssen wir aus Sicht des Verbrauchers bestimmen. Wenn ich, ja im Markt bin, ich brauche einen neuen Kühlschrank oder einen Smart Fridge, was kaufe ich mir? Da müssen wir aus meiner Sicht jetzt bestimmen, ist das für mich funktionell substituierbar? Kriterien, die ihr hier heranziehen müsst, sind Eigenschaften des Produktes, der Verwendungszweck des Produktes, natürlich aber auch der Preis. Des Produktes oder der Dienstleistung. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Gibt es einen Markt für Bananen oder generell einen Markt für Obst? Also stellt sich die Frage, gibt es einen Bananenmarkt oder, ja gibt es generell einen Obstmarkt? Und hier müssen wir natürlich sagen, ja Bananen und Äpfel, die sind nicht funktionell substituierbar. Ein Apfel, der hat einen ganz anderen Geschmack, der ist vielleicht ein bisschen säuerlicher und der hat auch Kerne. Also der ist komplett anders zu einer Banane und deswegen ist für mich als, oder für die Marktgegenseite, der Apfel nicht funktionell substituierbar für eine Banane. Und daher gibt es einen separaten Markt für Bananen. Es gibt nicht einen generellen Markt für Obst, wo dann Bananen, Äpfel, Mangos und so weiter drauf sind. Sondern es gibt einen separaten Bananenmarkt. Zweites Beispiel, gibt es einen Markt für Vitamin C oder einen Markt für Vitamin C als Arzneimittel, ein Markt für Vitamin C als Nahrungsergänzungsmittel, ein Markt für Vitamin C als Kosmetikmittel und so weiter. Und hier, für mich als, oder für die Marktgegenseite wieder, ist das funktionell substituierbar? Und hier müssen wir sagen, es kommt dem Verbraucher doch ganz klar auf die Verwendungszwecke an. Wenn ich, ja sagen wir, ich habe einen Vitamin C Mangel, ja dann kaufe ich mir Vitamin C als Ergänzungsmittel. Da kaufe ich mir doch nicht Vitamin C als Kosmetikum, weil das schmiere ich mir auf die Haut, aber das wird mir letztendlich nicht mein Vitamin C Pegel im Blut oder im Körper, was auch immer, wird das nicht verbessern. Sondern das ist für die Haut, weil das hat irgendeinen tollen Effekt für die Haut. Und Vitamin C als Nahrungsergänzungsmittel, das erfüllt eine ganz andere Funktion. Das soll mich gesund machen. Bei Vitamin C als Kosmetikum, da soll es meine Haut strahlend aussehen lassen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen und deswegen gibt es einen separaten Markt für Vitamin C als Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin C als Arzneimittel und so weiter und so weiter. Also es gibt separate Märkte für Vitamin C. Okay, jetzt schauen wir uns gleich noch ein weiteres Beispiel an, nämlich Kühlschränke und Smart Fridges. Sind die denn aus der Marktgegenseite, ja, funktionell substituierbar? Das machen wir aber anhand eines wichtigen Hilfsmittels, das ihr hier kennen müsst. Ihr seht bei den Kriterien Eigenschaften, Verwendungszweck, Preis und so weiter. Wir haben gerade bei den Bananen und Äpfeln gesehen, ja, eine Banane hat eine ganz andere Eigenschaft. Die ist süß, die ist schälbar, die ist, ja, die schmeckt ganz anders. Das sind andere Eigenschaften. Daher ist eine Banane und ein Apfel nicht funktionell substituierbar. Deswegen gibt es einen separaten Markt für Bananen und einen separaten Markt für Äpfel. Okay, Verwendungszweck hatten wir auch gerade gesehen mit dem Vitamin C Beispiel. Auf diese beiden Kriterien sind wir schon jetzt eingegangen. Jetzt das dritte Kriterium, der Preis. Und hier gibt es einen super wichtigen, einen super, super wichtigen Test, den ihr hier kennen müsst. Nämlich die sogenannte Kreuzpreiselastizität, beziehungsweise der SNIP-Test. Dieser SNIP-Test ist nur ein Hilfsmittel für die Bestimmung des sachlich relevanten Marktes. Er sollte nicht als einziges Kriterium verwendet werden, sondern grundsätzlich Bedarfsmarktkonzept aus Sicht der Marktgegenseite, also meistens aus Sicht der Verbraucher, ist zu bestimmen. Was ist funktionell substituierbar? Da schauen wir auf die Eigenschaften, Verwendungszwecke und so weiter, aber auch auf den Preis natürlich. Weil das ist für die Marktgegenseite natürlich auch von Relevanz. Und bei dem Preis können wir jetzt diesen SNIP-Test anwenden oder als Hilfestellung verwenden. Dieser SNIP-Test ist ziemlich einfach. Er besagt, wir nehmen einfach mal an, dass die Smart-Fridge-Hersteller ihre Preise um 5 bis 10% erhöhen. Die Frage, die sich dann stellt, würde die Marktgegenseite, also die Verbraucher hier, die ein Smart-Fridge kaufen wollen, würden diese jetzt aufgrund dieser Preiserhöhung auf einen normalen Kühlschrank wechseln? Ja oder nein? Wenn ja, wenn diese Frage zu bejahen ist, dann haben wir einen gemeinsamen Markt. Wenn diese Frage zu verneinen ist, dann haben wir einen separaten Markt. Hier würde ich ziemlich klar sagen, nein, die Marktgegenseite würde nicht wechseln, wenn die Preise der Smart-Fridges sich um 5 bis 10% erhöhen. Weil, ja, wenn ich im Markt für Smart-Fridges bin, dann ist für mich ein normaler Kühlschrank doch kein Substitut, kein funktionelles Substitut für meinen Smart-Fridge. Weil ich möchte, dass mein Kühlschrank mich auf meinem Handy daran erinnert, jetzt Tomaten zu kaufen. Und ich möchte, ja, keine Ahnung, was man mit Smart-Fridges noch alles machen kann, dass er mich benachrichtigt über ein neues Angebot bei Amazon. Und ich möchte, dass er vielleicht sogar selbst was bestellt bei Amazon automatisch. Das kann alles ein normaler Kühlschrank nicht. Und deswegen führt auch dieser Snip-Test dazu, dass wir hier einen separaten Markt annehmen müssen für Smart-Fridges und für normale Kühlschränke. Okay. Ein Gegenbeispiel, was wir auch mal in der Vorlesung, nee, im Tutorium sogar als Fall hatten, war diese Soda-Stream-Sachen. Also, man nimmt normales Leitungswasser, packt das in die Flasche, tut das dann in dieses Gerät rein und drückt auf den Knopf und dieses Gerät versetzt das Wasser aus dem Wasserhahn mit Kohlensäure. Und dann war die Frage dort, so ungefähr, ist normales Mineralwasser aus dem Supermarkt und dieses Wasser von dem Soda-Stream, sind die substituierbar? Und wenn die Preise von Soda-Stream sich um 5 bis 10% erhöhen, ja, würde dann die Marktgegenseite, also die Verbraucher, würden die dann jetzt Kohlensäurewasser aus dem Supermarkt direkt kaufen oder würden die weiterhin bei dem Soda-Stream bleiben? Ja, schwierige Frage. Kann man so, kann man so sehen. Ich würde wahrscheinlich auch hier eher wieder zum Nein tendieren, also nur, weil das sich um 5 bis 10% erhöht, diese Soda-Stream-Geräte oder diese Kohlensäurebehälter, ja, wenn die sich um 5 bis 10% erhöhen, ja, dann würde ich doch noch nicht direkt zum Supermarkt wechseln, weil da muss ich ja das auch tragen oder sowas. Also, zum Beispiel, ich als Student hier in München, ich habe kein Auto. Und dann, für mich wäre dieses Schleppen des Wassers aus dem Supermarkt ein riesengroßer Aufwand. Da würde die Marktgegenseite doch nicht auf Wasser mit Kohlensäure aus dem Supermarkt wechseln, weil es gibt auch noch andere Faktoren wie den Preis, nämlich Transportabilität und auch, ja, Schnelligkeit vielleicht auch und so weiter. Okay, jetzt komme ich ganz kurz zu dem Snip-Test bei marktbeherrschenden Unternehmen und den Snip-Test könnt ihr bei den marktbeherrschenden Unternehmen nicht so gut anwenden. Das müsst ihr in der Klausur darlegen, warum das der Fall ist. Der Grund ist der folgende. Nehmen wir an, wir haben ein marktbeherrschendes Unternehmen, Google für den Suchmaschinenmarkt. Oder ein anderes Beispiel, ja, nehmen wir einfach den Beck-Verlag für juristische Bücher und nehmen wir jetzt mal nochmal an, dass es keine Buchpreisbindung und sowas in Deutschland gibt. Also, das Unternehmen kann frei den Preis bestimmen. So, in diesem Fall haben wir jetzt den Beck-Verlag. Und der Beck-Verlag hat diese, ja, diese sehr starke Marktstellung und sieht perfekt, aha, so hoch ist die Nachfrage und optimiert auf Grundlage dieser Nachfrage den Preis in einer Weise, dass der Gewinn des Beck-Verlages maximiert wird. Und dieser Preis, den der Beck-Verlag dann, ja, festsetzt oder, ja, bestimmt, dieser Preis ist perfekt, sage ich einfach mal. Er ist perfekt. Und wenn wir jetzt auf Grundlage dieses perfekten Preises den Snip-Test anwenden, ja, dann führt das dazu, dass die Abnehmer, also die Käufer von den Büchern, die würden sofort abwandern und das hat zur Folge, dass der Markt immer zu weit gezogen wird. Weil wenn die Käufer immer abwandern, ja, dann haben wir ja einen gemeinsamen Markt. Und das führt dazu also, dass der Markt, dass die Marktabgrenzung hier immer zu weit gezogen würde. Denkt da nochmal drüber nach. Ich habe das vielleicht jetzt nicht ganz so perfekt erklärt, aber ich hoffe, also ich denke, ihr kommt darauf auch. Der Snip-Test bei marktbeherrschenden Unternehmen ist nicht so super, weil das marktbeherrschende Unternehmen hat diesen perfekten Preis und wenn jetzt dieser perfekte Preis erhöht würde, dann würden die Abnehmer immer abwandern zu dem anderen Anbieter und deswegen nehmen wir dann immer einen gemeinsamen Markt an und das würde zu einer zu weiten Marktziehung führen. Okay, letzter Punkt, die Angebotsumstellungsflexibilität, auch so ein langer Name. Wenn die Anbieter in der Lage sind, ihre Produktion auf die relevanten Erzeugnisse umzustellen und sie kurzfristig, kurzfristig auf den Markt zu bringen, ohne dass dadurch spürbare Zusatzkosten oder Risiken entstehen. Entsprechende andere Produkte werden dann in diesem Fall ebenfalls zu dem relevanten Markt gezählt. Das ist die Angebotsumstellungsflexibilität. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber gar nicht. So, hier ein Beispiel. Nehmen wir an, wir haben einen Papierhersteller und sagen wir, es geht um, ja, machen wir einfach mal ganz einfach, Druckerpapier. So, A4 Druckerpapier. Und dieses DIN A4 Druckerpapier, das möchte ich natürlich in meinen Drucker tun, damit ich dann was ausdrucken kann. Okay, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, gibt es einen Markt für DIN A4 und gibt es einen Markt für DIN A5? Und das Bedarfsmarktkonzept, also der Grundsatz, von dem wir immer ausgehen, der würde sagen, es gibt einen separaten Markt für DIN A4 Blätter und einen separaten Markt für DIN A5 Blätter und einen für DIN A3 Blätter. DIN A3 Blätter verwendet man dann eben für Schulpräsentation oder vielleicht sogar DIN A2, keine Ahnung. Genau, also, diese DIN A4, DIN A5, DIN A3, die sind nicht funktionell substituierbar. Ich möchte DIN A4, weil das soll in meinen Drucker, mein Drucker oder alle Drucker, drucken auf DIN A4 und ein DIN A5 Papier, das bringt mir nichts und ein DIN A3 Papier, das passt nicht mal in meinen Drucker. Also, die sind nicht funktionell substituierbar, deswegen müssen wir eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass es einen separaten Markt für DIN A5, DIN A4, DIN A3 gibt. Okay, und jetzt kommt die Angebotsumstellungsflexibilität und sagt, ne, 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 die Papierhersteller, die müssen einfach nur auf einen Knopf drücken, sagen wir bei der, ich kenne mich jetzt nicht bei der Papierproduktion aus, aber sagen wir einfach mal so, die müssen auf einen Knopf drücken und schon macht die Maschine kein DIN A4 Papier mehr, sondern sie schneidet jetzt DIN A5 Papier oder sie schneidet jetzt DIN A3 Papier. Also, für die Papierhersteller ist es kurzfristig, kurzfristig ist hier das zentrale Wort und ohne spürbare Zusatzkosten möglich, hier die Erzeugnisse zu ändern, also von der DIN A4 Produktion auf die DIN A3 Produktion, auf die DIN A5 Produktion umzustellen und deswegen, so die Angebotsumstellungsflexibilität, gibt es keinen separaten Markt für DIN A4, DIN A3 und DIN A5, sondern die gehören alle demselben Markt an, weil es den, weil es den Papierherstellern so einfach ist, diese Produktion umzustellen. Ein weiteres Beispiel ist der Schuhgrößenmarkt. Also, ich habe die Schuhgröße 41 und wenn ich mir einen Schuh kaufe, dann möchte ich natürlich einen Schuh der Schuhgröße 41 haben. Ich möchte keinen Schuh der Schuhgröße 40 haben. Das heißt, mit unserem Bedarfsmarktkonzept würden wir hier zu dem Ergebnis kommen, es gibt einen Markt für Schuhgröße 41, es gibt einen Markt für Schuhgröße 42, es gibt einen Markt für Schuhgröße 40 und für 43 und so weiter und so weiter. Aber jetzt kommt wieder unsere Angebotsumstellungsflexibilität und die sagt, nein, ein Schuhhersteller, der muss für die Sohle oder für den Schuh, da muss der einfach bei der Maschine nur auf einen Knopf drücken, das ist kurzfristig und ohne spürbare Zusatzkosten möglich und deswegen gibt es keinen Markt für Schuhe der Schuhgröße 41 und einen Markt für Schuhgröße der Schuhe der Schuhgröße 42, sondern das ist alles ein gemeinsamer Markt. Okay. Genau hier auch nochmal erklärt. Perfekt. Das war's dann von dem heutigen Video. Ihr könnt gerne ein Like da lassen, ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann könnt ihr natürlich mir auch noch sämtliche Fragen stellen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.